HG, Lodi! Bei uns sind es zwei Lodis! Nice! Spielst du Modern Warfare Waffen? Also... Ja, also ich spiel jetzt Swiss und... Ich spiel jetzt Swiss. Erstmal... Swiss und Vfarr, Dicke. Wie? Ich spiel OTS. Ich glaube, es geht diesmal tatsächlich komplett auf Geist. Egal. Wo ich alarmiert halt auch echt gut finde, muss ich ja sagen. Geist auf Geist. Egal. Geist und OTS. Ich nehme aber kein Hardbeat mit. Nein, ich habe auch kein Ball. Oder oben geht es auf jeden Fall schon ab. Wollen wir uns in die Richtung mal vorziehen? Dann müssen wir auf jeden Fall eh weiter. Hast du Moon? Ähm... Na... 13 Snipe und... ...70 MP. Äh... Warte mal, MP kann ich dir hier noch 102? Wie viele Platten hast du? Feindliche Drohne? Eine... Komm her, komm her, komm her, Dicke. Digga, komm doch mal jetzt hier hoch. Ja, okay. Jetzt muss ich jetzt schon zum dritten Mal sonst runtergehen. So, sehr gut. Ich habe noch eine Flaschenbox dabei. Nein, ich hoffe, die werden wir jetzt nicht brauchen. Okay, komm noch nicht hoch. Äh... Gucke. Ich gucke. Wieder hinter uns. Oh, da kam irgendwo, hat sich in einen Loadout gezogen? Ich nehme mal an, hier Händler markiert. Na, oder Gefechtsbogen. So hat sich das ja fast angehört, ich weiß es nicht. Hier. Ich habe hier ein Fahrzeug gefunden. Oh, 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 ho, 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 dicker. Na, weh nachdem, hat der dicke sagt. Alter Schwede.